Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacher-Freunde zum Majesty Gold HD. Wie immer machen wir die Bottern und gehen auf die Missionskarte. So, wir haben bis jetzt im Norden drei Missionen abgeschlossen. Und zwar die Seons of Chaos, zum Glück. Clash of Empires haben wir abgeschlossen, Fortress of X-Simmel haben wir abgeschlossen. Ich würde sagen, als nächstes kümmern wir uns um Rise of the Redman. Und dann um die Trade Hoots. Weil Urban Renewal, das klingt irgendwie am schwierigsten von den Advanced Missionen. Und dann müssen wir gucken, um welche Experten-Quests wir uns als erstes kümmern. Bevor wir dann die Master-Quests da oben, steht bei Difficulty Master dabei, dann abschließen. Und zu guter Letzt halt dann noch Wrath of Chrome. Das wird dann auch noch lustig. Aber gut, jetzt erst einmal Rise of the Redman. With a taste for surface conquest, we must be vigilant against a potential Ratman invasion. If they choose to strike, we must target their new leader. Without their ruler, the Ratman will not be able to maintain such an Onslaut. Das heißt, wir haben es gegen Redman. Und wir sollen, wir sollen Roden, den Redman King, den Red King töten. Und wir sollen dies als Broken Sur-Mains zerstören. Das sind die zerstörbaren Sur. Also gut. Starten wir mal in die Quest. Und dann haben wir eine Rangers-Gilde gleich mal. Wir haben keinen... Haben wir einen Blacksmith? Ja, wir haben... Wir haben einen Blacksmith da unten. Wir haben da drüben Häuser. Wir haben da Häuser. Und wir haben hier oben. Häuser. Ist mir egal, was die Elfen wollen. Hier baut mir erst mal eine Warrior-Gilde. Und einen Tempel von Daros. Ich fühle mich in dem Namen des Sovereignes. Ich fühle mich in dem Namen des Sovereignes. Ich fühle mich in dem Namen des Sovereignes. Und unwelcome gelöst. Ich stehe mit dem Wildspiel. Ich fühle mich in dem Namen des Sovereignes. Okay. Hier sind jede Menge Sur-Infrentices. Okay. Das heißt, hier den... Wo auch immer ihr hinwollt, ihr werdet die ganzen Gebäude hier in Ruhe lassen. Hier oben auch. Wir sind viel zu weit weg. So, Doros-Tempel ist fertig. So, Paladine an den Start. Majestät, das Paladine ist unter Sieds. Majestät, der lokalen Blacksmith offert neue Services. Oh, ein schwerer Kampf. Ich serve mit Träger. Okay. Der erste Paladin ist fertig. Hauptproblem ist, wir werden gerade ein bisschen überrannt. Ich fühle mich... Sovereign, your marketplace now serves you better. The unholy on me. Task collector. So, hauen wir auch gleich mal einen Fervus-Tempel raus. Äh, ein Agrela-Tempel, meinte ich. Fervus können wir ja nicht mehr. Und... Red-Man-Champion, Red-Man-Champion, Red-Man-Champion. Okay, die sind aus dem Suhr gekrochen. So, ein Mönch können wir so weit. Wieğle Menning ist выйtitel. Ihr Majesty, ein neueС er Celtic aus nuevo. Evil... Has won. Praise Doros! The Unholy on Your. GraMaster Döros! Majestät, der Palace ist unter Sieg! I join... haben wir hier indicates, dass... My service ist noch nie etwas问ens. Ängestion, Lass. Okay, können wir den Ansturm bitte mal überstehen? Okay, den bösen Zuhort fängt ja schon mal los. Da oben geht eines für die Hunde, das ist nicht so schlimm. Da ist ein Puckus-Swerp-Made und da oben sind nur Sewers, okay. So, wer haben wir den Besitz? Wenn die Visiter weg sind, dann müssen wir mal hier... Oh, es ist Gold eingetroffen und zwar sehr viel. Ich finde es gerade aber nicht so schick, dass meine Basis so belagert wird. So, hier noch ein Gathaus hin. Da ist auf jeden Fall noch ein Broken Sword, der weg sollte. Die brauchen wir aber nicht gerade da gehen, okay. Oh je, neuer Weight. Ups, ich wollte auch die Sewers. Oh, ein ziemlich böser Weight. Okay, da haben sie bald Gathaus eingerissen. Gut, das ist nicht so schön. Und da wir hier im Norden sind... Ich bin froh, dass wir den Trading Post hier unten haben. Der versorgt uns ein bisschen mit zusätzlichem Geld. Ach, ein Healer kann ich noch ausbinden. Hier oben ist bis auf die Suez alles eingestürzt. Das ist auch sehr toll. So, ich glaube, ich werde mir jetzt dann mal die Mühe machen und einfach sparen. Wobei, ich hätte ja erst gerade die Zwergengilde, also Dwarfen-Settlement. Ja, das habe ich aber gehofft. Jetzt wird das so, wie ich, dass wir das bald umsetzen können. Die kommt nämlich dann dahin. Das Dwarf-Settlement. Ah, und unser Magic-Pasta ist fertig. Also, find new elixirs. Ich finde den Spruch cool. Von unserem, äh... Von unserem Berater. Oh ja, der... Genau, den Spruch. Ich werde mal den Auftrag geben, den zu... Einzureißen. Während ich Zwerge ausbilde. Da sind sie wieder dabei healing. Boah, ey. Einwäid nach dem Ansagen. Oh. Da hat's einen erwischt. Das war unser Training-Post da unten. Ja, das ist nicht so schön. Da hat's einen Zwerg erwischt. Oh.